HKL Baushop präsentiert Den IV Williams Kipp-Anhänger TT3621 und den IV Williams Baumaschinen-Anhänger GX125 Anhänger sind im Baustellenalltag unentbehrlich. Ob Transport von Maschinen und Geräten oder Baumaterial, ein Anhänger ist immer flexibel und problemlos einsetzbar. I4 Williams Anhänger bieten hier die nötige Transportflexibilität. Als Kipp-Anhänger auch für Schüttgüter. Oder als Baumaschinen-Anhänger für den Transport von Kompaktladern oder Minibaggern. Dabei sind die Anhänger für den harten Baustelleneinsatz gut gerüstet. Robuste Ausführung in verzinktem Stahl, geschützte Beleuchtung und ein serienmäßiges Ersatzrad für den Fall der Fälle gehören zur Serienausstattung. Der IV Williams TT3621 ist ein Heckkipper mit Tandemachse. Das sorgt für ruhigen Nachlauf. Die Ladefläche ist mit 3,62 m x 1,98 m vielfältig einsetzbar. Der robuste Aluminium-Plankenboden gehört bei HKL zur Standardausstattung. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t beträgt die Nutzlast des Kipp-Anhängers fast 2,4 t. Stabil und langlebig. Rahmen und Fahrwerk sind aus verzinktem Stahl. Als Kipper hat der TT3621 eine autarke 12-Volt-Hydraulik. Die Hydraulik wird mit einer eigenen 12-Volt-Batterie betrieben. Damit ist der Kipper auch ohne Zugfahrzeug jederzeit elektrisch kippbar. Die Kipper-Fernbedienung wird in einer verschließbaren Lagerbox aufbewahrt. Zum einfachen Be- und Entladen gibt es optionale Stützen. Der IV Williams Baumaschinenanhänger GX125 ist ein Tieflader mit Tandemachse und Blattfederung. Der Stahlanhänger bietet ein Kastenmaß von 1,57 m x 3,66 m. Die Bodenplatte ist mit robustem Aluminium-Riffelblech belegt. Die Bordwand ist 25 cm hoch. Der GX125 bietet eine Nutzlast von 2,8 Tonnen und ist damit der ideale Anhänger für kompakte Baumaschinen wie Mini-Bagger. Die integrierten Auffahrrampen sind passend zur Maschine verstellbar. Zum Befestigen gibt es zahlreiche Verzorr-Möglichkeiten. Durch die Ladefläche von 3,66 m ist der GX125 auch für Kompaktlader optimal. Der IV Williams Kipp-Anhänger TT3621 und der IV Williams Baumaschinenanhänger GX125. Hkl Bauschop – Alles für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Nach Пос今日 qualitativ mit Gez